Der Postcode Monatsgewinn im März, 1,4 Millionen Euro, gehen nach 94152 Neuhaus am Inn. 700.000 Euro bekommt die Gewinnerin im gezogenen Postcode. Und weitere 700.000 gehen an alle Gewinner in der Postleitzahl. Hallo, guten Morgen! Hey! Carola, bist du bereit? Ja, bringen wir es hinter uns. So schlimm wird es hoffentlich nicht. Du ziehst, ich halte den Umschlag. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist der Wahnsinn. Schatz, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, Dankeschön. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Toll, danke. 700.000 Euro. Dankeschön. Bestimmt, bestimmt wird gefeiert. Ganz sicher sogar. Es wird, ich weiß noch nicht wie, wo, wo und was. Aber definitiv werden wir feiern. Ja. Und zuerst einmal Haus abbezahlen, meinem Mann den Traum vom Oldtimer erfüllen und vielleicht eine schöne Reise, wenn alles Weitere kommt. Ich habe es in der Fernsehwerbung gesehen und habe mir gedacht, tolle Sache, habe dann im Internet ein bisschen recherchiert und geschaut, wie das alles funktioniert und wie das losläuft und so weiter. Da dachte ich mir, kaufe ich was, vielleicht bekomme ich mal was, einen Gewinn. Und der soziale Aspekt war halt auch, dass was Gutes damit getan wird und somit habe ich mich für das Los entschieden. Und seitdem bin ich dabei. Kaum zu glauben, aber es ist so, wie es im Fernsehen läuft. Und vor allem, wenn die das jetzt dann sehen, mit Sicherheit, dass die danach gesagt haben, dann hole ich mir auch ein Los und ein Weiterempfehlen sowieso. Das ist eine geile Summe, ich. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, total toll. Das ist richtig, richtig toll. Und jetzt 12,50 Euro, ein Satz, 10.000 Euro, wir reden in diesem Traum.